wieder auf Tour. Genau, und wir werden garantiert auch in Halberstadt spielen. Ich plane da, eigentlich ist es der nächste große Traum, ein Konzert unter freiem Himmel, sowas wie das Harz Open Air, vielleicht ein bisschen kleiner und nur mit mir und meiner Band. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da nächstes Jahr sehen. Also, Dankeschön, gerne Gerode. Und wie gesagt, einfach mal auf die Homepage gehen, das sind die nächsten Jahr wieder. Der Real möchte sich sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Linda, fürs Kommen.